Hey, hier ist Ronja und Izzy und ich spielen heute Roblox Snakey, wo sich einer von uns in ein gruseliges Reptil verwandeln kann und alle anderen tötet, was nicht super ist. Wie setzt du deine Chancen gerade ein? 33 Prozent. Okay, meine auch, meine auch. Vielleicht wird's was. Was für eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Moment, wie klingt das? Was war das? Ich werde es mir ansehen. Okay, sehr mutig von Ua-Wa-Zoo. Oh, oh. Oder wer auch immer sie ist. Oh nein. Oh Gott. Okay, sie wird irgendwo reingezogen. Ah! Nein! Was ist passiert, Ronja? Warte, sind wir zu zweit hier? Okay, wir müssen irgendwann entkommen. Oh mein Gott. Ähm, schönes verlassenes Haus. Da lass uns doch auf jeden Fall mal reingehen, oder? Was soll schon passieren? Okay, wir müssen irgendwie hier rausfinden. Hier ist ein verschlossenes Schloss. Also wenn du einen Schlüssel findest, dann wäre das sehr gut. Okay. Äh, hier ist noch eins. Warte mal. Also wir brauchen schon zwei Schlüssel. Manja, hier. Siehst du diesen Gang da? Warte, bist du rechts lang? Meinst du, da kommt was raus? Da ist dieses schwarze Loch in der Wand. Oh, oh. Äh, ich habe nicht. Und hörst du das irgendwie? Ist es hier gruselig, oder? Ja. Werden wir verfolgt? Ich habe nur Münzen eingesammelt. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Ich habe den Schlüssel gefurrt. Den Schlüssel. Okay, okay, okay. Es gibt zwei Türen. Äh, probier mal die hier hinten. Probier mal. Hier vorne. Okay. Ja, yes. Okay, sehr gut. Okay, nice. Dann brauchen wir hier noch einen Schlüssel, auf jeden Fall. Oh, da ist auch so ein schwarzes Loch in der Wand. Hier liegt ein Schlüssel, aber da. Oh, perfekt. Hast du ihn? Äh, nee, nee, nee. Ach, dich auch noch gräser. Blauer Schlüssel. Äh, da ist... Dann gehen wir zurück, ja? Ja, ja. Äh, ha, 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 ha. Warte, die andere Tür ist auch schon auf. Wir haben, glaube ich, beide aufgeschlossen. Aber wir brauchen dann wahrscheinlich... Das ist der gleiche Raum? Das ist der gleiche Raum, aber... Das ist der gleiche Raum. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wohin geht der blaue... Nein, es ist Naki! Was? Oh mein Gott! Sie hat mich! Nein, warte, warte, wurde es schon geholt? Vielleicht kann ich entkommen. Sie kommt die Treppe runter. Ja, pass auf. Okay, oh mein Gott! Ähm. Okay, das ist nicht gut. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. Äh. Kann ich die noch nehmen? Nein, Schlange, geh weg. Schlange, geh weg. Bitte, 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 bitte. Ich dachte, wir haben sechs Minuten Zeit oder so. Oh, warte, hier ist auch noch was. Äh, ich kann überhaupt nichts machen. Bist du noch am Leben? Bist hot. Du bist hot? Immer aus dem Jenseits. Nein! Nein, 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 nein. Schöner, ähm, Hall-Effekt, den du da hast. Die folgt mir, die hört überhaupt nicht auf. Macht Sinn, weil es keine anderen Leute mehr gibt. Hier, geh durch die Schlangenfalle. Nein, hast du keinen Möcker in der Schlangenfalle? Hier, geh durch die... Nein! Oh mein Gott, die erwürgt mich. Ich seh's! Ich seh's! Nein! Oh, Ronja. Snakey hat alle Spieler gefangen. Okay, cool. Das bereitet mir viel Freude. Aber kein Ding, weil sicher sind wir in der nächsten Runde. Verwandeln wir uns in eine Schlange und können dann die anderen Spieler fangen. Oh, wir sind an der Meer. Was für eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Ist es wirklich eine schöne Nacht, Bob? Ist es wirklich eine schöne Nacht? Oder würde uns aus dem blöden Busch jetzt gleich eine Schlange holen? Oh, ich will die Schlange! Was? Nein! Aha! Und ja, wir machen ein Deal, okay? Ich besorge dir ganz viele Meute zu essen. Keine Loyalties hier. Oh mein Gott. Oh, nein! Ah! Okay, Snakey Tutorials. Stoppe die Flucht von Spielern. Platziere Fallen. Ach, die Fallen hab ich gemacht. Kein Wunder, dass ich die Schlange nicht reinloggen konnte. Leider kannst du nicht springen, aber ich kann Löcher in der Wand verwenden. Okay. Kein Ding. Du bist die, die die Löcher in der Wand verwendet. Mhm. Wir sind schnell ausbrechen. Okay. Hier ist das Haus. Und hier sind auch schon... Oh! Hallo? Wo bist du, Ronja? Wer ist denn... Auf jeden Fall nicht hinter dir auf der Treppe. Auf jeden Fall nicht gerade, dass ich nicht hier links reingegangen. Nein. Auf jeden Fall bin ich nicht gerade im Schlafzimmer... Hallo? Ah! Soll ich erst die anderen Spieler fangen? Ja, bitte! Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Okay, natürlich. In dem Fall bin ich natürlich mal großzügig und lasse dich leben, weil ich eine Liebeschlange bin, okay? Mhm. Und gehen wir wieder runter. Wo sind denn die anderen Spieler alle so? Hier, ich kann mal eine Falle hinlegen vielleicht, damit es schwieriger ist, hochzukommen. Ich sehe nur dich. Sind die anderen überhaupt dabei? Es ist wirklich kein einfaches Leben hier als Schlange, wenn die anderen Spieler einfach nicht mitspielen. Nein! Ich bin in deine Falle gelaufen! Wieso stellst du deine Falle auf? Warte, bist du wirklich reingelaufen? Schade. Easy. Bist du da jetzt drin? Ja, aber es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich bin jetzt frei. Ah! Wo sind denn die anderen? Okay, okay. Wenn du nicht willst, dass ich dich fresse, dann nehme ich Hinweise dafür, wo deine Spielkameraden sind. Ähm, okay. Oh mein Gott, hier ist wirklich ein geheimnis Tunnelsystem. Das letzte Mal habe ich meine Spielkameraden draußen im Garten gesehen. Sind die nicht mehr da? Ähm... Ich glaube, die verstecken sich. Draußen im Garten? Ich glaube nämlich nicht. Ich war hier schon mal draußen im Garten. Hier war keiner. Achso. Dann habe ich mich wohl geirrt. Aber womöglich habe ich in der Zeit eine Axt gefunden! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wenn du... Ich habe mich vor dir nur angenommen. Stirb, Schlange! Die anderen Spieler... Du bist die Einzige. Ich glaube, die anderen Spieler sind einfach rausgegangen. Ich weiß. Ich habe die gar nicht gesehen. No! Oh, oh. Oh, nice! Yes! Das gibt Rache! Okay. Oh, Ronja! Nimm dich in Acht! Ich fühle mich überhaupt nicht... Ähm... Klar? Und... Wir haben das sicher in dir, Lisi, oder? Oh, meine Mitspieler sind beide da. Die sind nicht gequiltet. Gute Nachrichten. Ich bin Schlange und Maus zugleich. Oh nein. Das heißt, du kannst riechen, wo wir hingehen. Okay, hier ist der erste Schlüssel. Zack, 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 zack. Der sichere Schlüssel. Dann gehe ich hier durch. Meine Spielkameraden machen effektiv... Goar nix. Okay, der sichere Schlüssel ist nicht der richtige. Wo hast du denn dein erstes Schlüssel gefunden? Bist du schon im Haus? Äh, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme aus dem Tutorial-Raum. Ah, okay, das ging mir am Anfang auch so. Kein Problem. Womöglich bin ich jetzt da. Nein, nein, nein. Okay, ich habe jetzt hier den blauen Schlüssel. Äh, hat irgendjemand anders den sicheren Schlüssel genommen? Nein. Okay, die sind völlig wurscht. Die haben hier überhaupt gar kein Bedürfnis mitzuarbeiten. Oh mein Gott, da bist du. Hallo, Ronja. Nein, 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 nein. Ich liege hier nur so ums Haus herum. Hm, hm. Ob ich reinkommen soll? Ich wünschte, das würdest du nicht... Nein, ich glaube, du solltest nicht reinkommen. Das ist auch blöd drin. Ich überlege mir das nur. Das ist richtig doof hier. Hier, oh, hier, was ist denn hier? Was gibt's denn hier? Gar nichts. Wahrscheinlich. Wo ist denn mein Kamerad hier? Oh, mein Kamerad hat einen pinken Schlüssel gefunden. Okay. Gute Arbeit, Love 22. Dann müssen wir hier den nächsten holen. Oh, grüner Schlüssel. Äh. Ich sehe jemanden. Nein. Oh, ja, die andere. Sie wird so sterben. Okay, okay, das ist ein Opfer, was wir bringen können. Oh, okay. Okay, grün, grün, grün. Sag mal, hast du zufälligerweise bei deinen Touren ums Haus eine grüne Tür gesehen? Äh, ja, die grüne Tür ist oben eigentlich. Ganz oben? Ja, ja, in der oberen Etage. Du lügst. Du lügst oder so oben? Oh, nee, die ist wirklich da. Okay, okay. Ich dachte, du willst mich hochrücken. Bisschen vor, aber er ist dabei. Ich bin ein sehr hilfreiches Schlankchen. Okay, du bist wirklich ein sehr hilfreiches... Oh, hier ist eine... Was ist das denn? Eine Axt. Ah, die haben wir schon. Okay. Äh, können wir jetzt mit der Axt wahrscheinlich gegen dich vorgehen, nehme ich an. Womöglich. Ah, nee, 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 das habe ich gesehen. Vor der Haustür ist irgendwas gewesen, wo man die Axt für braucht. Ja, du brauchst die Axt und den pinken Schlüssel. Warum habe ich das gesagt? Den pinken Schlüssel? Warum habe ich das gesagt? Nein! Wir haben den pinken Schlüssel nicht und man kann nur eine Sache halten. Wir hatten den pinken Schlüssel. Ich glaube, wir haben den oben liegen lassen. Oh, ja. Okay. Ah, nee, er hat den pinken Schlüssel. Oh, mein Gott, Love22. Der hat das Spiel schon mal gespielt. Der weiß genau, was er hier tun muss. Ich folge dem. Okay, kein Ding. Hallo? Oh, nein. Nein, nein. Ich habe mich nicht gefällt. Ich wartet auf euch. Nein. Denn hier kommt der pinke Schlüssel rein. Ah, hab ich nicht. Oh, nein, ich habe gesehen. Oh, ja. Es tut mir so leid. Oh, schmeckt die lecker. Was erforderlich. TNT, das finden wir wahrscheinlich da drin. Okay, ist okay. Ich habe keine Angst. Klar, ich kann alleine nicht gewinnen, weil ich nicht alleine zwei Schlüsse halten kann. Das heißt, wenn du jetzt meinen Teamkameraden erwischst, dann habe ich schon verloren. Ja, aber er ist weg. Wo ist er denn hin? Okay, okay, okay. Oh, er ist, äh, er ist an einem geheimen Ort. Wahrscheinlich. Nein, nein, ihr geht da jetzt nicht rein. Ihr geht da jetzt nicht rein. Oh, okay. Nein. Okay, 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 okay. Nein, wieso? Oh, das ist TNT für den Stein. Okay, er hat's. Okay. Ähm, also. Hallo? Oh, mein Gott. Ich glaube, ich bin ein bisschen schneller als du, oder? Ja, seid ihr. Oh, zum Glück. Also, dann will ich mich in Schlangenrichtung bewegen, weißt du, so Schlängellinien, weil das sieht cooler aus. Ach so, das ist natürlich cool. Okay, können wir das Ding jetzt sprengen? Das ist natürlich mit dir Zeit. Nein! Was ist das? Ihr habt den ausgesprächter. Sicherer Schlüssel. Ähm. Welchen Schlüssel braucht ihr? Ich glaube, den hatten wir schon mal, der ist drin und der liegt drin auf dem Tisch. Ich bin mir nicht sicher. Irgendein Grauen. Ich glaube, das ist der sichere Schlüssel. Nein, der ist weg, der hat sich gerestertet. Wo war der denn? Ich hoffe 100% mittlerweile darauf, dass Love22 einfach weiß, was er tut und dass ich ihm folgen kann. Ich will gar nicht lügen. Wo ist denn der blöde Schlüssel hin? Okay, Izzy, wo denkst du, hältst du dich gerade auf? Wenn du eine Schlange wärst, wo wärst du? Wäre genau hier. Okay, 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 okay. Ihr habt nur noch drei Minuten, Ronja. Ich will es nur noch mal erwähnen. Absolut kein Zeitdruck. Wir fühlen uns nicht. Oh. Ich hole mir doch ein bisschen Leckerbissen, bevor ich euch verspeise. Okay, klar. Wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Sicherer Schlüssel. Ich glaube, ich habe den richtigen. Küche, wo bist du? Also, Tja, was mache ich mir denn jetzt? Ich hoffe, dass sie überhaupt nicht, die wir die nicht haben. Äh, ich muss hinten raus. Nein, da ist die Schlange. Wo bin ich? Du bist gar nirgendwo. Okay, Ausgang. Nein, 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 nein. Guck mal, wir sind doch alle Freunde hier. Wo bist du denn, Ronja? Oh, da, jetzt sehe ich dich. Komm her. Es muss doch nicht sein. Okay, er hat den grünen Schlüssel verwendet hier, Leon. Nein, nein, nein. Okay. Wenn ich jetzt hier einfach die Abkürzung durchs Haus nehme und hoffe, dass ich den richtigen Schlüssel gewählt habe. Ah! Nein! Okay, 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 okay. Ähm. Hier kommst du nicht durch. Nimm dir einen anderen Weg. Such dir einen anderen Weg. Ich kann keinen anderen Weg. Ich muss zum Stein. Hier geht es nicht lang. Oh nein! Warte, jetzt hast du abgekürzt. Oh oh. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schlüssel ist. Vielleicht habe ich mich hier gerade in was verrannt. Bitte geh auf. Das ist nicht der richtige Schlüssel. Warum ist das nicht der richtige Schlüssel? Nur noch zwei Minuten Zeit, Ronja. Okay, ich glaube, oben war ein Safe. Vielleicht kann ich mit dem sicheren Schlüssel in den Safe. Falls es nicht klappt, habe ich jetzt hier verloren und bin dem Tode geweiht. Also, ähm, drücke ich mir mal selber die Daumen. Aber kann ich nicht, weil ich auch rennen muss gleichzeitig. Aber angenommen, ich würde mir selber die Daumen drücken. Das funktioniert! Könnt ihr die Daumen nicht drücken beim Laufen? Nee. Betäubung? Oh mein Gott. Okay, das ist zwar nicht, was ich jetzt gesucht habe, weil damit komme ich nicht durch die Tür, aber Betäubung heißt auch Weißer Schlüssel. Vielleicht ist weißer Schlüssel der richtige. Ähm. Mr. Lebt mein Teamkamerad eigentlich noch? Ich werde nicht sagen, aber dein Teammate macht die Tür gerade auf. Oh! Was? Nein, der entkommt! Wirklich? Ja, jetzt kannst du deinen Schlüssel reinmachen. Team... Er musste dieses Holz wegmachen. Ach, der musste das Holz weghacken? Wo seid ihr? Ach, da ist er. Vielleicht klappt der Schlüssel. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich bin frei! Nein! Warte mal, ich fahre... Habe ich jetzt meinen Teammate einfach geditscht? Ich fahre jetzt hier gerade mit dem Campliter weg. Wir müssen das Gegenmittel für unseren Freund finden. Warte mal, es folgt uns! Warte, es gibt doch... Ah, ne, wir sind entkommen. Okay! Da bist du. Hallo! Yeah! Immerhin habe ich eine gegessen. Immerhin. Dann war es das mit dieser Runde. Es ist Roblox Snakey. Wenn ihr das selber spielen wollt, ist der Spieltitel unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Da kommen nämlich auch viele coole Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!